Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaars feinen Podcast Episode 195. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Was soll ich heute groß erzählen? Es war eine okaye Woche, ganz normales Tagesgeschäft, Alltag möchte ich fast sagen. Alles so wie immer, so wie es sein soll, muss man fairerweise auch sagen. Dann hatte ich ja gestern, war ich in Hamburg dienstlich, hatte da zu tun beim Casting für einen Film über die Geschichte des Wacken Open Air Festivals. War jetzt wirtschaftlich nicht so der Knaller. Also ich war halt echt, von Husum nach Hamburg fährt man allein eine Strecke ungefähr zwei Stunden. Dann zwei Stunden vor Ort sein, anderthalb Stunden nochmal nachher den Text schreiben. Also ich sollte eine Online-Reportage darüber schreiben, die ich gerne verlinke, wenn sie online ist. Und dann auch wieder natürlich zwei Stunden zurückfahren. Also da war ich doch ganz schön lange unterwegs. Aber es hatte eben auch den Vorteil, den unschätzbaren, dass ich mal wieder Zeit hatte, mich mit Menschen zu treffen. Und zwar namentlich mit Nadine und Matze, die ich auch übers Podcasting kennengelernt habe. Nadine ist ja diejenige, die den Unterwegs-Podcast hat, weil sie mal Frau W. hieß. Und genau, wir haben uns halt irgendwie getroffen und ihr lebensgefährte Mann inzwischen, Matze, kam dann auch mit. Und es war ein ganz toller Nachmittag. Ich hatte darüber auch berichtet in diesem Podcast. Und wir hatten dann endlich mal wieder die Gelegenheit, uns mal zusammenzusetzen und zumindest mal kurz zu schnacken. Also ein Stündchen oder so war ich dann da bei den beiden. Und es gab Lassan hier. Das war fantastisch. Und ich habe ein sensationelles T-Shirt geschenkt bekommen mit der Aufschrift Sharkasm. Darunter war dann ein Hai abgebildet, der da so längst schwimmt und sagt, I like Salad. Das fand ich sehr, sehr großartig. Und da fällt mir ein, das Selfie dazu steht noch aus. Das werde ich dann bei Twitter erledigen in Kürze. Dann hat es ja aufgrund dieses Termins tatsächlich dann nicht geklappt, dass wir mal den Wohnwagen besuchen fahren, weil ja gestern, wie gesagt, ganzen Tag gearbeitet. Sieben Uhr aus dem Haus, halb acht wieder da. Das war toll. Und heute war jetzt auch nicht so richtig die Möglichkeit, weil heute eben all die Dinge erledigt werden mussten, die gestern liegen geblieben sind. Und meine Frau hat heute einen Abendgottesdienst, der auch noch vorbereitet werden wollte. Insofern mal eben eine Stunde zum Wohnwagen fahren, da irgendwie rumhühnern und irgendwie ein bisschen räumen, ein bisschen tun, um dann eine Stunde wieder zurückzufahren. Und das war halt heute leider nicht drin. Und das war, ich möchte fast sagen, ein bisschen schmerzhaft. Aber das Gute ist, dass wir jetzt schon ungefähr wissen, wie unsere Tourenplanung für dieses Jahr aussehen wird. Also die erste richtige Campingtour wird dann im Mai stattfinden. Da fahren wir nach Ratzeburg. Hauptsächlich, also wir fahren dahin wegen Urlaub und es hat dann den praktischen Nebeneffekt, dass meine Frau dort nach unserem Urlaub auf Fortbildung ist, nochmal Seminar hat und dass sie dann gleich da bleiben kann. Ich fahre dann halt mit dem Wohnwagen und dem Hund gemütlich zurück. Und dann kriegen wir das auch alles zurecht. Und dann werden wir nach den Sommerferien irgendwann nochmal mutmaßlich zwei Wochen wegfahren. Das steht alles noch nicht so richtig fest. Ich hatte das ja schon mehrfach erwähnt, dass meine Frau zum 1.6. ihre neue Stelle antritt. Und dann muss sie natürlich auch erstmal klären, wie das mit Urlaub haben dann aussieht. Wobei, das ist alles so ein bisschen, das ist auch alles noch sehr, sehr spannend, weil sie ist ja im Prinzip da die Chefin. So, und jetzt könnte sie halt dann auch sagen, mir doch egal, ich bin ja zwar sechs Wochen weg. Aber es kommt natürlich nicht so gut, wenn sie gerade erst die Stelle angetreten hat. Und das muss sie jetzt für sich selber auch mal klarkriegen. Aber das sehen wir dann. Vielleicht schaffen wir auch drei Wochen. Und daran hängt dann so ein bisschen das Reiseziel. Denn wenn es zwei Wochen werden, dann fahren wir so Richtung Kopenhagen irgendwo mal ein bisschen Dänemark. Wir sind zwar relativ regelmäßig alle zwei Jahre jetzt da gewesen, seitdem wir zusammen sind. Mindestens alle zwei Jahre. Aber wir haben halt immer nur so die eine Ecke gesehen. Mein erster Dänemark-Aufenthalt war halt so Ringköpingfjord. Das war irgendwie, ja, war okay. Aber wir haben da auch relativ wenig gesehen, gemacht. Und dann fahren wir mit ihrer Familie immer so in den Bereich Löcken, Saltum. Und da kennen wir uns halt auch inzwischen ganz gut aus. Haben da schon eine ganze Menge auch unternommen. Aber so den Rest von Dänemark, den kenne ich gar nicht. Vor allen Dingen nicht die Ostküste und schon gar nicht Kopenhagen, was immer als sehr, sehr schön beschrieben wird. Und deswegen möchte ich da gerne mal hin. Habe auch schon einen Campingplatz ausgesucht, nämlich Camping Charlottenlund vor. Das ist eine historische Festungsanlage mit einem Ringwall und irgendwie so uralten Artilleriehaubitzen, die da auch wohl noch rumstehen. Da drin ist ein kleiner Campingplatz, wohl auch dann relativ nah zum Wasser. Und man kann da irgendwie, hinter dem Wald ist auch gleich ein Park oder sowas. Was wohl laut Bewertungen dazu führt, dass es da auch mal so ein bisschen, dass da auch mal fremde Leute über den Platz gehen, die sich diese Voranlage angucken wollen, weil sie denken, da wäre irgendwas. Tatsächlich ist dem wohl nicht so, aber da muss man halt drauf eingestellt sein, dass einem mal vielleicht der ein oder andere ein bisschen genauer ins Vorzelt guckt. Auch da gibt es entsprechende Warnungen. Da kann man ja mit umgehen. Dann lässt man halt nichts rumliegen. Das ist ja kein Problem. Ja, das ist die zwei Wochen Urlaub Variante und so ein bisschen abenteuerlich würde es dann werden, wenn meine Frau sich entschließt, drei Wochen Urlaub zu nehmen. Denn dann fahren wir ins Baltikum, nach Litauen, um ganz genau zu sein. Wir haben da noch keinen so richtigen Plan gemacht. Also ich würde zum Beispiel mit der Hauptstadt, glaube ich, anfangen, mit Vilnius. Da gibt es tatsächlich auch den einen oder anderen Campingplatz, habe auch schon diverse Anreisegeschichten mir überlegt, wie wir die Tour machen würden, weil das halt von hier aus schon anderthalb tausend Kilometer sind. Man kann grundsätzlich sagen, wir fahren der Fähre von Kiel aus nach Klaipeda, die Hafenstadt. Da gibt es eine tägliche Fährverbindung. Es wäre grundsätzlich nicht so problematisch, aber die Fähre ist halt 19 Stunden unterwegs und das mit Hund irgendwie ein bisschen knifflig. Also fällt das aus. Dann haben wir überlegt, ob wir vielleicht einfach nach Hamburg fahren, zum Flughafen. Meine Frau und den Hund da vorschicken nach Vilnius und ich fahre dann sozusagen mit dem Auto hinterher. Das ist aber auch kacke, weil irgendwie Hund im Laderaum. Es sind dann ja auch diverse Stunden, die die Frau Hund da drin zubringen müsste. Das haben wir auch gesagt, finden wir irgendwie blöde. Und entsprechend werden wir dann, wenn es denn zu dieser Tour kommt, irgendwo erste Stationen kurz vor oder kurz nach der deutsch-polnischen Grenze machen. Je nachdem, also ich hatte überlegt, dass wir irgendwie vielleicht in Rostock stoppen. Das haben wir auch noch nicht so ganz genau uns angeguckt. Das sind aber nur 300 Kilometer. Das ist eigentlich für die erste Etappe, finde ich, fast ein bisschen wenig. Dann wären es nochmal 600 von dort nach Danzig, was ja auch ganz, ganz schick sein soll. Und von dort würden wir dann durchfahren. Das sind dann nochmal ungefähr 560 Kilometer nach Vilnius in Ditaun. Und das wäre so, also das wäre halt so ein bisschen Abenteuerurlaub, finde ich, weil also irgendwie so Osteuropa und Gedönse, da habe ich so überhaupt keine Verbindung hin. Der Gedanke ist so ein bisschen, dass es da sehr schön sein soll und dass es vielleicht in den kommenden Jahren so einige touristische Ziele gibt, die dann vielleicht ziemlich überlaufen sind. Also meine Schwiegereltern erzählen immer von ihren Ausflügen nach England oder auch Irland, wo sie halt an irgendwelchen Hotspots der Touri-Szene relativ ungestört waren. Also Stichwort Land's End zum Beispiel, was heute einfach so überlaufen ist, dass man die tolle Landschaft da gar nicht mehr genießen kann. Und das wäre also vielleicht so ein Ansatz, wo wir dann sagen würden, das könnten wir machen. Aber dauert halt eben auch seine Zeit. Denn du willst natürlich auch vor Ort ein bisschen rumgucken, Tagesausflüge machen oder überhaupt mal durchs Land fahren, wäre ja auch so eine Option. Und da müssten wir dann halt einfach mal sehen. Aber da haben wir halt auch gesagt, unter drei Wochen lohnt sich die Fahrt gar nicht, weil das halt so unfassbar lange ist. Naja, mal sehen. In allen Fällen ist es so, dass ich gesagt habe, der Gigacube kommt mit. Und zwar ist es natürlich relativ praktisch mit dem Ding, da hatte ich ja schon mehrfach darüber gesprochen, wie toll der ist, da WLAN zu haben. Und das ist aber ja etwas, das mit der Karte, die da mitgeliefert wird, nicht so richtig funktioniert. Insofern würden wir die also austauschen gegen was Ortsübliches. Ich habe mich da schon mal informiert, sowohl in Dänemark als auch für Polen und Litauen. Wobei Polen wäre wahrscheinlich, wenn wir da nur durchfahren, da sind wir dann ja vielleicht ein oder maximal zwei Nächte. Weiß ich noch nicht, ob wir da wirklich dann ein Gigacube brauchen. Aber wahrscheinlich schon. Also es soll relativ günstig sein. Es gibt hier auf surf-stick.net, das ist eine Seite, wo europaweit oder nahezu weltweit Daten gesammelt werden und auch über UNTS-Anbieter und wo auch Erfahrungswerte ausgetauscht werden. Und hier schreibt also zum Beispiel jemand, die haben im Orange Shop in Swinemünde, nee Quatsch, in einem Plus haben sie was gekauft. Und zwar eine SIM-Karte mit von Haus aus 300 Megabyte für 2,25 Euro und dann eine Aufladung mit 5,5 Gigabyte für 12,50 Euro. Also mal ganz im Ernst, das würde ich machen. Selbst für einen Kurzurlaub, das würde sich ja schon lohnen. Und entsprechend gibt es das eben auch für das Baltikum. Also surf-stick.net ist eine Seite, die kann man auf jeden Fall grundsätzlich erwähnen. Das Schöne ist auch, ich habe über diese Seite erfahren, dass in Litauen mit Euro gezahlt wird. War mir überhaupt nicht klar. Ja, gut, also die haben, weiß ich nicht, er schreibt hier 1 Gigabyte 3,19 Euro. Entschuldigung, mein Handy düdelt hier durch die Gegend, weil ich morgen Frühdienst habe. Da erinnert es mich immer gerne dran. Also die Karten zwischen 2 und 4 Euro, die er da gekauft hat und das ist doch super entspannt. Das werden wir also dann gegebenenfalls machen. Was auf jeden Fall feststeht ist, ich werde, ich habe das bei Twitter schon mal erwähnt und ich weiß gar nicht, ob ich es im Podcast auch schon gesagt habe. Ich fahre zur Gamescom dieses Jahr und zwar hat mich meine Nichte, die 11-Jährige, angebettelt, ob ich mit ihr da hinfahren könne. Ich weiß nicht, warum sie da hin will. Wahrscheinlich, weil da ihre Lieblings-YouTuber sich rumtreiben oder weil es da halt irgendwie, also sie spielt halt, sie nutzt ihr Handy fast ausschließlich zum Spielen. Und da geht es, Gamescom ist auf jeden Fall super wichtig und sie hat da also mehrfach nachgefragt. Ich möchte nicht verhandelt sagen, aber hat da schon sehr drum gebeten. Und dann habe ich sehr mit mir gerungen, weil die Gamescom also überhaupt nicht mein Pflaster ist. Ich interessiere mich null für Gaming. Ich habe überhaupt kein Interesse an diesen YouTubern. Also ich stehe da staunend davor, wie vor dem Primatenkäfig im Zoo. Aber das ist es dann auch im Wesentlichen. Also ja gut, also ich habe gesagt, also grundsätzlich würde ich ihr den Gefallen schon ganz gerne tun. Aber ich war noch nicht so weit emotional, das auch so zu sagen. Also naja, dann habe ich so gedacht, okay, dann fahren wir halt irgendwie, was weiß ich, mittwochs hin, gehen donnerstags über die Messe und fahren freitags wieder zurück. Stellt sich raus, Gamescom findet außerhalb der schleswig-holsteinischen Sommerferien statt. Insofern verschiebt sich unser Anreisetag so ein bisschen. Ich habe jetzt also die Tickets schon mal gekauft, habe alle beteiligten Stellen informiert. Also ihre Eltern wissen Bescheid und auch meine Schwiegereltern. Denn es ist nämlich so, dass das Kind am Freitag von denen von der Schule abgeholt wird und dann bei denen Mittag ist. Jetzt habe ich überlegt. Also die haben gesagt, dann soll ich Bescheid sagen, damit sie dann nicht umsonst vor der Schule stehen. Oder wir uns dann da treffen und uns angucken und sagen, ach, da war ja was. Aber man könnte natürlich sagen, wir fahren erst nach dem Mittagessen los. Denn die Tickets, die es für die Gamescom gibt, gelten immer nur für den Tag. Verlieren auch die Gültigkeit, wenn man das Messegelände verlässt. Und insofern müssen wir da nicht, also wenn wir früher da sind, haben wir keinen Vorteil. Außer, dass wir uns dann nochmal Tickets kaufen könnten und zweieinhalb Tage, anderthalb Tage da sind. Das ist ein Blödsinn. Nächste Woche kann ich, glaube ich, die Tickets schon buchen mit Sparpreis. Das ist relativ günstig, wenn man mit einem elfjährigen Kind unterwegs ist. Dann kostet das eigentlich fast nichts in der Bahn. Ich war ganz überrascht, als ich mich mal über die Preise informiert habe. Und dann werde ich noch zwei Hotelzimmer buchen. Und da, sie hat kurz überlegt, ob wir in einem Zimmer schlafen wollen oder in zweien. Und hat gesagt, kannst du halt überlegen. Also wenn wir in einem Zimmer schlafen, ich schnarche ganz doll. Und irgendwann werde ich sagen, jetzt ist mal hier Licht aus. Und dann musst du halt auch ins Bett. In deinem eigenen Zimmer musst du das nicht. Also ich weiß schon ganz genau, wie es laufen wird. Kommen da an, mutmaßlich so gegen 20 Uhr. Wir gehen dann ins Hotel einchecken. Und dann suchen wir uns noch irgendwo was Leckeres zu essen. Irgendwas Stylishes vielleicht. Was so bei Teenies gerade en vogue ist. Also ich glaube nicht, dass die sich für einen Thailänder interessieren würde oder für Indisch. Müssen wir halt mal gucken. Und dann gehen wir wahrscheinlich relativ zügig ins Hotel. Jeder auf sein Zimmer. Und dann geht der Leih los. So stelle ich mir das ungefähr vor. Joa, keine Ahnung. Wie das dann wird. Ich werde mal gucken. In manchen Hotels gibt es das ja, dass zwei Zimmer mit einer Tür verbunden sind. Vielleicht finden wir so eins, dass ich dann zumindest nicht wie ein Idiot auf dem Flur stehe und die ganze Zeit klopfe. Sondern dass ich mich halt so mal reinschleichen kann, um sie irgendwie leicht zu wecken. In Sachen Frühstück oder sowas. Und dann irgendwann auch mal losgehen. Ja, das wird jedenfalls super. Ich werde das Aufnahmegerät mitnehmen. Das steht jetzt schon fest. Und werde diverse dokumentarische Aufnahmen machen. Und dann wollen wir doch mal gucken, wie das funktioniert und läuft und so weiter. Ich bin sehr gespannt, was ich da zu erzählen habe. Ich glaube, es könnte tatsächlich ganz lustig werden. Und wenn von euch zufällig jemand auf der Gamescom ist, an dem Samstag, das ist der 25. August, dann könnten wir uns da natürlich treffen. Wobei ich dazu sagen muss, ich bin da ja als Dienstleister unterwegs. Kinder unter zwölf dürfen nicht ohne Begleitung eines Erwachsenen auf der Messe unterwegs sein. Die kriegen dann zwar irgendwie so ein Benzel, das sie farblich als super duper minderjährig kennzeichnet. Aber ich weiß nicht, wie eng die das da sehen mit der Aufsichtspflicht. Also sprich, ob wir Gelegenheit hätten, uns irgendwo gemütlich hinzusetzen, ohne dass ständig jemand am Ärmel zuppelt und sagt, können wir jetzt mal langsam weiter. Das weiß ich nicht. Aber wie gesagt, wenn von euch jemand da ist, zufällig, dann lasst uns doch mal reden, denn da geht bestimmt ein bisschen was. Dann haben wir es an dieser Stelle. Viel mehr habe ich nicht zu erzählen. Das reicht ja eigentlich auch im Wesentlichen. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine sensationelle Woche. Und falls ihr irgendwelche Jubiläumsgeschichten vorhabt für Jörn Schaas für einen Podcast, Episode 200 wird voraussichtlich, das weiß ich noch nicht so ganz genau, am 5. Mai erscheinen. Das ist ein Samstag, weil nämlich der 6. Mai im Zeichen der Arbeit stehen wird. In Schleswig-Holstein sind Kommunalwahlen. Und das heißt, ich werde im Wesentlichen den Tag auf der Arbeit verbringen und irgendwelche schlauen Dinge tun und nicht so richtig zum Podcasten kommen. Insofern, wenn ihr irgendwas vorhabt, irgendeinen Gruß loswerden wollt oder sowas, dann wäre also Zeit bis zum 4. Mai einschließlich. Das Ganze, also ihr findet sämtliche Kontaktdaten auf der Homepage oder meldet mich einfach bei Twitter an. Im Moment, das sagt man anders. Ist auch egal. Es wird von meiner Seite mutmaßlich nichts Weltbewegendes sein. Also so eine Chasilur-Aktion mache ich erstmal nicht mehr. Also ich habe nicht vor, da irgendeine große Nummer draus zu machen, inhaltlich. Aber mit euren Audiokommentaren könnte es eine werden. Das ist die erste und einzige Bettelei um Audiokommentare zur Jubiläumsepisode. Und jetzt ist auch wirklich Schluss. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017